Ein herzliches Servus und Hallo hier aus der Firmenzentrale von Klöpferholz in Garching. Wir haben heute die Prämie des Monats des Netzwerkholz Prämienprogramm für euch. Vor uns steht das brandneue Lightville 301 CE Pro. Die eingefleischten Mountainbiker unter euch dürften die Marke Lightville sicherlich schon kennen. Für alle anderen eine kurze Vorstellung. Lightville baut seit über 15 Jahren Fahrräder und hat sich mit besonderem Fokus dem Bereich Mountainbikes verschrieben. Mit dem 301 CE bekommt ihr ein echtes Testsieger Bike. Denn das Rad hat es geschafft bisher alle Magazintests souverän für sich zu behaupten und damit ist es eine würdige Prämie für den Monat Juli. Das 301 ist das ikonischste Modell im Lightville Portfolio und neuerdings haben wir diesem Rad das Stromkabel angelegt. Herausgekommen ist ein waschechtes E-Mountainbike, das auch höchste Gipfel erklimmt dank eines kraftvollen Motors und einer wirklich reichweitenstarken Batterie. Herzstück unseres Bikes ist der wirklich kompakte und leichte Shimano Steps 8000 Motor, der zum einen durch seine Effizienz, aber auch durch sein besonders harmonisches Fahrverhalten glänzt. Diesen Motor haben wir kombiniert mit einem 630 Wattstunden starken Akku und der bringt einen auf jeden Gipfel. Der vollintegrierte Akku lässt sich in nur vier Stunden auf bis zu 90% seiner Leistung laden. Die Ladevorgänge können wahlweise über das Rad oder am Akku direkt vorgenommen werden. Wer den Akku über das Rad laden möchte, findet einen Ladeport auf der Unterseite des Oberrohrs, wo er bestens vor Dreck und Wasser geschützt ist. Wer keine Möglichkeit hat, das Rad in der Garage oder im Keller zu laden, der kann den Akku natürlich ausbauen, um ihn in der Wohnung oder sonst wo laden zu können. Wie es sich für ein echtes E-Mountainbike gehört, haben wir besonderen Wert auf ein geringes Gewicht gelegt. Deswegen baut das 301 CE auf einem super leichten Carbon-Rahmen auf und auch bei den Komponenten wurden nur die leichtesten Bauteile des Marktes verbaut. So zum Beispiel der Synthes Vector Carbon Lenker. Für den ultimativen Komfort und maximale Sicherheit im Gelände hat das 301 CE üppig Federweg. 170 mm Federweg an der Front und 160 mm am Heck sorgen dafür, dass auch anspruchsvollste Strecken ihren Schrecken verlieren. Damit sich das Rad auch im Gelände super handlich bewegen lässt, setzen wir motorkostmäßig auf zwei unterschiedliche Laufradgrößen. An der Front ein überrollstarkes 29 Zoll Laufrad und am Heck 27,5 Zoll mit einer Plus-Bereifung, die die Kraft des Motors perfekt auf den Boden bringt. Ein besonderes Highlight am 301 CE ist die voll integrierte 8-Pins-Stütze. Eine versenkbare Stütze, die sich via Bedieneinheit am Lenker ganz einfach absenken und wieder ausfahren lässt. Das sorgt für Bewegungsfreiheit im Gelände, aber auch ein bequemes Auf- und Absteigen. Damit man sich mit dem 301 CE in jeder Situation sicher fühlt, verbauen wir eine kraftvolle Shimano XT-Vierkolbenbremse. Und damit die Kraft der Bremsen auf den Boden gebracht wird, haben wir gripstarke Reifen aus dem Hause Schwalbe. Wer diesen Sommer zu neuen Höhen aufbrechen möchte, bekommt mit dem 301 CE das perfekte Werkzeug an die Hand. Also nicht lange warten, rein in den Premium-Shop und das Rad bestellen, denn es ist ab sofort lieferfähig und kann schon nächste Woche bei euch stehen.